Ich bin jetzt seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik und ich glaube, Kulturpolitik, da ist es besonders wichtig, dass wir die Städte und Gemeinden in die Lage versetzen, dass Kultur vor Ort stattfinden kann, dass man Menschen ermutigt, die auch ehrenamtlich sich engagieren wollen, dass man Künstlerinnen und Künstlern Plätze, Räumlichkeiten, Gelegenheit gibt, sich auszutoben. Und deswegen müssen wir in Berlin unbedingt einen stärkeren Fokus auf das legen, was vor Ort in den Städten und Gemeinden passiert und insbesondere ihnen helfen, dass sie ihren finanziellen Aufgaben nachkommen können.